Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich so einen Serienschalter hier mit einer Steckdose fachgerecht anschließen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Da wir hier jetzt gleich an einer elektrischen Anlage arbeiten werden, müssen wir unbedingt einmal die 5 Sicherheitsregeln einhalten, wofür aber spezielle Videos an dieser Stelle einfach sinnvoller sind. Und wenn das Ganze dann vom Stromnetz genommen und somit spannungsfrei ist, dann schauen wir uns mal noch einen vereinfachten Schallplan hierfür an. Wir kommen mit einer dreiartigen Zuleitung, in meinem Fall NIM 3x1,5mm² hier unten zu unserer Steckdosen- und Serienschalterkombination und von dort aus geht es weiter mit einer dreiartigen Leitung zu unserer ersten Lampe und ebenfalls mit einer dreiartigen Leitung weiter zu unserer zweiten Lampe. Eine Steckdose hat immer zwei entsprechende Klemmen und diese sind elektrisch miteinander verbunden, weswegen wir jetzt auch hier von unserer Zuleitung mal mit dem blauen Neutralleiter in die erste Klemme bei der Steckdose hineingehen und von der zweiten Klemme aus gehen wir weiter nach oben auf unsere erste Lampe und auf unsere zweite Lampe drauf. Der grün-gelbe Schutzleiter schaut eigentlich genauso aus, wir kommen von hier unten, gehen auf unsere Steckdose, von der zweiten Klemme hier aus gehen wir wieder nach oben zu unserer ersten Lampe und auch zu unserer zweiten Lampe. Das einzige Besondere ist jetzt der meistbraune Außenleiter, denn dieser geht auch jetzt mal wieder auf unsere Steckdose und von dort aus weiter auf die Eingangsklemme L bei unserem Serienschalter. Und so ein Serienschalter hat immer zwei Ausgänge, diese sind mit so einem Pfeil hier gekennzeichnet und bei der ersten Ausgangsklemme geht es jetzt auf unsere erste Lampe und die zweite Ausgangsklemme auf unsere zweite Lampe. In der Praxis sind meine beiden Lampen hier oben schon fachgericht angeschlossen, wofür ich übrigens auch schon ein extra Video mal gemacht habe und jetzt muss ich ja mal noch die Leitung zu meiner ersten Lampe, die Leitung zu meiner zweiten Lampe und auch diese Zuleitung hier unten um circa 10 cm abmanteln und anschließend noch 1 cm von dem Mantel in die Hohlwanddose überstehen lassen, um einfach eine entsprechende Zugentlastung zu haben. Als nächstes kürzen wir hier unten, wo die Steckdose anschließend hinkommt, den blauen Neutraleiter um 1 cm und auch den meistbraunen Außenleiter hier um 1 cm. Hat einfach den Sinn, dass jetzt mein grüngeiber Schutzleiter hier etwas länger ist und falls im schlimmsten Fall irgendwie mal die Steckdose im Nachhinein herausgerissen werden sollte, dann fällt der Schutzleiter auch als letztes. Als nächstes habe ich mir hier jetzt mal noch gut 20 cm von 3 solchen freien Leitern abgeschnitten. Das hat einfach den Sinn, dass ich diese jetzt nämlich durch das Verbindungsstück zwischen meinen Hohlwanddosen hindurch geben kann, um später auch hier eine Verbindung herstellen zu können. Wenn alle meine Leiter jetzt mit genug Reserve in der Hohlwanddose und auch den Farben entsprechend nebeneinander gelegt worden sind, dann kann ich diese einmal um gute 11 mm abisolieren, so wie es für meine Steckdose auch sein muss. Bei mir passt es soweit, weswegen ich den Einsatz mit den Klemmen nach unten schauend einmal hinhalten kann und die grün-gelben Schutzleiter gebe ich jetzt beide in die Mitte hinein, die braunen Außenleiter hier in der rechten Seite und die Neutralleiter hier auf der linken Seite. Den braunen und blauen Leiter dürfte ich hier übrigens auch vertauschen, da es einfach keine Richtlinien dazu gibt und die Steckdose natürlich auch um 180 Grad gedreht eingebaut funktioniert. Jedoch sollte man sich angewöhnen, dass man immer dieselbe Belegung im Haushalt hat. Ich habe immer auf der rechten Seite meinen braunen Außenleiter und auf der linken Seite meinen blauen Neutralleiter. Danach drehe ich hier auf der rechten Seite und hier auf der linken Seite mal noch die entsprechenden Schrauben hier ab, denn diese sind nur zum Befestigen bei Unterputzdosen geeignet. Ich habe hier eine Hohlwanddose, weswegen ich diese Krallen auf jeden Fall ausbauen möchte, da sie im schlimmsten Fall sogar einen Leiter hier hinten beschädigen könnten. Wenn es aber passt, kann ich den Einsatz mal in die entsprechenden Befestigungsschrauben hineingeben, das Ganze mit einer Wasserwaage oder mit diesen vorgefertigten Linien hier ausrichten und dann schon mal hier oben und auch hier unten festdrehen. Der Steckdose-Einsatz hier unten ist also fertig und jetzt habe ich mir schon mal alle drei blauen Neutralleiter hier oben nebeneinander gelegt, genauso wie die grün-gelben Schutzleiter natürlich wieder mit etwas Reserve hier hinten drin und nun kann ich diese mal auf dieselbe Länge mit einem Seitenschneider ganz einfach abkürzen. Als nächstes muss ich alle meine Leiter hier oben für den Schalter und auch für die Klemmen auf genau 11 mm abisolieren. Danach die grün-gelben Schutzleiter mit einer Klemme hier verbinden, dasselbe Spiel mit den blauen Neutralleitern machen und ich kann meine Klemmen mal nach oben schauen in meiner Hohlwand- bzw. Unterputzdose verschwinden lassen. Natürlich muss die Dose aber auch hierfür tief genug sein. Die Neutralle und Schutzleiter sind somit auch schon richtig verbunden und jetzt gehe ich mal den Außenleiter hier von meiner Zuleitung, also von der Steckdose hier unten, hier oben mal der Eingangsklemme L hinein und hier unten kann ich auch meine Außenleiter, welche zur Lampe 1 und zur Lampe 2 geht, dementsprechend bei den Klemmen hier unten eingeben. Natürlich muss mein Einsatz Richtung Hohlwanddose schauen. Ich habe das Ganze zur Veranschaulichung nur mal auf der Rückseite angeklemmt und wenn ich auch meine zwei Spareizgarten für die Unterputzdose schon ausgebaut habe, dann kann ich einmal den Einsatz hier bei den entsprechenden Befestigungsschrauben wieder hingeben, dann mit einer Wasserwaage bzw. den Linen ausrichten und wieder festdrehen. Jetzt einmal noch den Doppelrahmen hier aufsetzen. Ich gebe zuerst mal hier unten noch die Blende für die Steckdose auf meinen Rahmen und kann das Ganze jetzt nämlich auch schon festschrauben und danach klipse ich mal meine entsprechende Wippe hier ordentlich ein, schaue, dass meine Blenden hier vorne auch wieder drauf passen und somit haben wir jetzt nämlich das Ganze auch schon richtig angebracht. Wenn ich jetzt wieder Spannung auf mein System gebe, kann ich hier unten mal die Steckdose 230 Volt ablesen und hier oben probiere ich das Ganze natürlich auch mal entsprechend aus. Doch ich würde sagen, das schaut auf jeden Fall super aus, weswegen wir jetzt auch schon so einen Serienschalter mit einer Steckdose hier richtig angeschlossen haben. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens einen Serienschalter, eine Steckdose oder auch eins der verwendeten Werkzeuge aus dem Video zulegen möchtest, dann einfach mal unter dem Video in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon von Markenherstellern. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.